Also, öffnen Sie bitte den Mund. Zuerst legen Sie den Haken weg. Aber es geschieht Ihnen doch gar nichts. Ich will bloß mal sehen. Um zu sehen, brauchen Sie doch keinen Haken. Setzen Sie sich eine Brille auf, wenn Sie sehen wollen. Aber legen Sie den Haken weg. Seien Sie doch nicht so aufgeregt, Herr Schafen. Ach nein, legen Sie den Haken weg, sage ich. Kein Mensch sieht mit einem Haken. Mit einer Lupe sieht man. Mit einem Fernrohr sieht man. Mit Schrecken sieht man. Aber mit einem Haken sieht man nicht. Mit einem Haken sehen wollen ist genauso ein Unsinn, als wenn Sie mit Ihrer Bohrmaschine den Deutschland-Sender hören wollen.